Hallo zusammen, hier ist Irine mit einem neuen Video und in diesem Video möchte ich mal etwas Neues ausprobieren. Also normalerweise ist es so, ich finde irgendwelche Plugins oder Themes oder Tools, mit denen ihr arbeiten könnt und dann schaue ich mir die an, teste die und danach mache ich ein Video und erkläre euch das Ganze. Und diesmal möchte ich es mal anders machen. Ich habe gestern Video Motion Pro eingekauft und habe mir das gestern Abend noch runtergeladen und danach war ich aber zu müde, das noch zu installieren und auszuprobieren. Und das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam machen. Also dieses Video ist jetzt wirklich, das fängt bei 0 oder unter 0 sogar an. Ich habe also dieses Tool gekauft und werde es jetzt installieren und wir werden es uns gemeinsam angucken. Also wir haben die gleichen Voraussetzungen. Wir sehen es alle zum ersten Mal. Ok, es geht los. Also es geht um Video Motion Pro. Es ist eine Video Software, die ich mir eigentlich gekauft habe, um mein Camtasia abzulösen. Ich habe noch ein recht altes Camtasia Version 6. Mittlerweile gibt es glaube ich 8 oder 9. Und ich war ja immer wieder überlegt, ja kaufe ich mir jetzt das Neue. Normalerweise kam ich ja auch mit der 6er Version für meine Zwecke immer noch ganz gut zurecht. Mich hat das Ganze ein bisschen gestört, so dieses Videos schneiden und das fand ich ein bisschen umständlich in dieser Version und hab halt gedacht, ok, kaufst du dir die Neue. Ich habe auch die Neue schon getestet. So und jetzt kam mir dieses, dieses Tool lief mir über den Weg, war in meinem Mailfach mehrfach drin beworben, weil das ja wirklich ein riesen Hype war. Und ich habe zugeschlagen, gleich beim, also ich habe es direkt vom Anbieter gekauft und ok, lange Rede, kurzer Sinn. Ich quatsche wieder zu viel. Lass uns anfangen. Ich installiere das Teil jetzt. Ok, ich gehe mal hier aus dem Browser raus. Ich habe mir das hier schon runtergeladen und das ist jetzt die Exe-Datei. Es gibt eine Version für Windows und eine Version für den Mac. Und ich habe einen Windows-Rechner, also habe ich die Windows-Version. So, ok, dann wollen wir das mal als Administrator ausführen, damit es auch richtig funktioniert. Und ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis es installiert ist und wie das Teil aussieht, bin ich mächtig gespannt. Ich habe zwar die Demos gesehen, aber trotzdem, auf dem eigenen Rechner ist immer noch mal was anderes. Ok, ja, Jung, dann fang mal an, würde ich sagen. Und schau mal, dass du mir das installierst. Ok, also ich lasse das mal hier so in den Einstellungen. Ok, das ging ja jetzt ganz fix. Und ja, jetzt muss ich Username und Passwort eingeben. Und jetzt muss ich doch in der Tat noch mal schauen, wo denn dieses Username und Passwort, wo ich das denn... Ah, ich denke, das ist... Ich habe mich also, als ich die Software runtergeladen habe, musste ich mich in einen Mitgliederbereich einwählen. Und ich nehme mal an, dass das genau diese Daten sind, die ich jetzt auch hier brauche. Und dann schauen wir mal, ob es das ist oder nicht. Ah, hurra, ich bin da. Ah, das sieht doch schon mal ganz schön aus, oder? Eigentlich auch sehr übersichtlich. Also gefällt mir wirklich von der Oberfläche her erst mal ganz gut. Und ja, als erstes gehe ich mal davon aus, create a new project. Und ich schreibe jetzt hier Irenes erstes Video... Ups. Ach, das können wir jetzt aber nicht brauchen. Video Projekt. Und create. Ok. So, und damit sieht man das irgendwo, wo das abgelegt ist, aber offensichtlich nicht. Ähm, ja, jetzt schauen wir mal weiter. Also man könnte auch Projekten natürlich öffnen und speichern. Import Media. Ich denke mal, damit importiert man entweder Videos oder Bilder oder was auch immer. Ich gehe mal hier auf Import Media. Ok, ich könnte also jetzt... Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwas habe. Bin natürlich nie so gut vorbereitet. Aber ich würde schon noch irgendwas finden. Ah, ja, ich nehme jetzt mal hier was von... Ich nehme mal das hier. Ok. Also Import Media erscheint dann hier in diesem Feld. Und man kann es dann... Alles, was hier in diesem Fenster ist, kann man wohl dann hier auf seine Timeline ziehen. Also ich ziehe das Video mal hier rein. Und dann lädt das auch. Das ist der Ton. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich das hier abspiele. Super. Ok. Das funktioniert ja schon mal super. Ähm, dann hat er gestern erklärt, man kann natürlich auch Dinge da rausschneiden. Einfach Teile aus einem Video entfernen. Nehmen wir an, ich wollte das hier entfernen. Dann zieht man den Pfeil hier... Moment. Und zwei Pfeile muss man... Ne, wie kriege ich das jetzt hin? Ah, ja. Ok. Ich ziehe in dem zweiten und sage dann hier die Schere. Geht das nicht? Also ich sage ja, ich mache das wirklich zum ersten Mal. Wir machen das gemeinsam hier. Aber das funktioniert so wohl offensichtlich nicht. Ah, ja. Ok. Man muss es anklicken und dann kann man es erst ausschneiden. Ok. Gut. Also, ähm, das sieht ja schon mal sehr schön aus. Ähm, man hat wohl dann die Möglichkeit, das Video halt zu rendern. Also in dem Fall dann, ähm, ja, fertigzustellen und zu speichern. Man kann das Video dann zu YouTube hochladen direkt. Ähm, man kann hier, ähm, noch einige Einstellungen tätigen. Da gehe ich einfach mal drauf. Ähm, ja. Lower Thirds, Ending Delay. Da kann man einstellen, wann diese Lower Thirds beendet sind. Man kann hier eine Background Color einstellen. Also eine Hintergrundfarbe. Was das ist, muss ich erst noch erkunden. Aber, ok, jetzt wollen wir mal gucken hier bei Kamera Screen Capture. Man kann, ah ja, ok. Also man kann mit diesem Teil auch seinen Bildschirm aufnehmen. Also das, was ich jetzt noch mit meinem alten Camtasia mache. Das kann ich jetzt hier auch mit dieser Software machen. Das ist super. Ähm, ich kann hier den, ja, entweder Screen Capture machen. Ich kann meine Webcam aufrufen. Ich kann hier das Mikrofon auswählen. Und dann hier auf Record drücken. Und dann nimmt es halt meinen, ähm, Bildschirm auf. Jetzt will ich mal gucken. Also das gehe ich mal wieder raus. Und was ist bei Webcam? Ah ja. Ha, hi. Ok, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Aber auf jeden Fall. Meine Webcam funktioniert auch. Super. Also im Prinzip sehr übersichtlich. Also ich erstelle ein neues Projekt. Kann ein bestehendes öffnen. Ich kann das Projekt speichern. Ich kann Medien importieren. Medien sind Bilder, Audios, Videos. Ähm, ja, die kann ich importieren. Die erscheinen dann hier. In diesem Kasten. Und ich kann die dann von hier aus auf meine Timeline ziehen. Ich kann Teile daraus ausschneiden. Und, ähm, ähm, kann wohl auch mehrere Spuren anlegen. Da müsste ich jetzt noch mal gucken, wie das geht. Weil das interessiert mich schon sehr, wie man denn mehrere Spuren anlegt. Oder ob das dann, ähm, wirklich automatisch ist. Ähm, wenn ich sage, ähm, wenn ich eine neue, ähm, ein neues... Moment, wir laden noch mal ein, äh, ein weiteres Video hoch. Irgendwas hier, sowas. Dann erscheint es auch hier. Und wenn ich das jetzt hier rein tue, Moment, mal sehen, ob das dann wirklich auch... Ähm, ähm, ah ja, okay. Also einfach, ähm, es entsteht eine neue Spur, indem ich ein neues Video hochlade. Und das kann ich dann eben auch an verschiedene Stellen, äh, rücken. Und man sieht jetzt hier schon, dass das Video jetzt unter dem anderen liegt. Also man könnte jetzt auch Video im Video letztendlich. Wie sieht das eigentlich aus? Okay. Super, also dann bewegt sich dieses Video, das Hintergrundvideo und hier vorne das. Ah, das bietet super Möglichkeiten. Jetzt hat das Teil noch irgendwelche Besonderheiten. Und zwar, also das sind jetzt ja nur Medien. Ähm, Audios, könnte ich jetzt hier, ähm, äh, Audio-Optionen noch einstellen. Ob ich hier irgendwas, ähm, auch leise stellen will. Zum Beispiel an bestimmten, äh, Stellen im Video. Ich kann Text einfügen. Äh, dann müsst ihr erst mal gucken, wie das geht. Text, add your text. Und wo ist der? Wo ist der abgeblieben? Ah, okay. Das wäre natürlich noch jetzt gut zu wissen, wie füge ich denn jetzt hier den Text ein? Also hier steht add your text. Sieht man das da hin? Nee, offensichtlich nicht. Moment, jetzt sollte ich vielleicht mal hier mit meinem Pfeil So, wenn ich jetzt hier, add your text. Ah, okay. Ach so. Okay, jetzt gehe ich mal hier Text auf. Text ein, add. Wo hat er den jetzt hingemacht? Wo ist der? Also, ihr seht mich etwas ratlos. Ich sehe gerade nicht, wo der den jetzt hingespeichert hat. Normal muss der Text ja auch auf eine Tonspur. Ah, Moment. Ah ja, okay. Ah, das war jetzt, da war ich jetzt mal wieder ein bisschen vorherig. Außerdem ist der jetzt unter meinem Video. Deswegen kann ich den nicht sehen. So, wie kriege ich dich jetzt nach oben? Moment. Hier habe ich den nochmal. Den lasche ich mal wieder raus. So, wo ist der Text, den ich eben geschrieben habe? Das war das Video. Da ist der Text. Also, ich muss da schon noch ein bisschen üben mit dem Teil, ehe ich euch das mal richtig darstellen kann. Aber man muss ja, man sollte doch auch, wie kriege ich die Tonspur nach oben? Das muss auch irgendwie gehen. Bitte, zeig mir das, wie das geht. Also, nach... Ah ja, okay. Den kann ich demnach einfach nach oben. Ah, okay. So. Jetzt sollte ich natürlich die Farbe ändern, damit man den auch sieht. Okay, warum sehe ich dich jetzt immer noch nicht? Du bist doch schon oben, oder? Hier. Okay. Hier ist mein Text. Warum ist der jetzt nicht weiß? Also. Okay, ich weiß zumindest, wie es geht. Aber das ist noch ein bisschen tricky hier für mich. Also, trotzdem, egal wie, ich weiß, wie das ist, wenn man eine neue Software hat, man muss einfach verschiedene Dinge ausprobieren. Und, ja, irgendwann klappt es dann. Also, ich muss mir da einfach mal ein Wochenende oder so Zeit nehmen, um dieses Ganze etwas näher zu ergründen. Allerdings denke ich nicht. Es ist nicht überladen. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, was in dem Fall gut ist, weil man sich einfach nicht durch X Untermenüs oder so quälen muss, sondern ganz intuitiv mit diesem Teil einfach ein bisschen rumspielen kann. Dass man dadurch noch nicht das super High-End-Video produziert, gleich beim ersten Mal, das ist klar. Aber ich finde, also es ist spannend, ich lerne ja gerne was Neues. In dem Fall habt ihr mich jetzt hier, ja, wirklich auch als absoluten Anfänger, was diese Software betrifft, gesehen. Aber ich wollte es euch einfach zeigen, weil ich finde es cool. Es ist auch ein super Preis. Also, im Moment ist es so, dass der Preis irgendwie alle paar Stunden oder was ansteigt. Ich habe das halt zu dem, ja, super Einführungspreis eingekauft. Aber selbst wenn das jetzt noch ein bisschen teurer wird, ist es einfach ein super Tool. Also, wenn ihr vorhabt, Videos zu produzieren, Videos, ja, auch Screen Capture Videos zu machen, noch nicht in das teure Camtasia investiert habt, dann ist die Gelegenheit, das hier mit diesem Tool zu machen. Ich empfehle ja wirklich nur Sachen, die ich selber auch cool finde. Und das hier muss ich jetzt wirklich halt noch sehr, sehr gut ausprobieren. Ich sehe hier gerade auch noch, wir können auch Green Screen Videos machen. Wir können Intros erstellen, Outros, Lower Thirds. Das sind hier unten diese Einblendungen von Name, Website und so weiter. Das muss ich mir jetzt alles wirklich erstmal in Ruhe angucken, weil sonst wird das Video hier zu lang. Das möchte ich euch auch nicht zumuten. Aber mein Tipp, diese Software. Wer wirklich vorhat, mit Videos zu arbeiten, kauft euch das Teil. Ich finde es cool. Ich freue mich drauf, das so richtig zu lernen und dann meine Videos demnächst mit dieser Software zu produzieren. Das war es von meiner Seite. Meine Empfehlung, mein Tipp für heute, Video Motion Pro. Einkaufen und ausprobieren. Alles klar? Bis dann. Aktiviereねぇ. lettere